Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Fortschritt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bildung ist der Schlüssel zum Fortschritt, weil sie unser Denken erweitert und neue Möglichkeiten eröffnet. Bildung ist der Schlüssel zum Fortschritt, weil sie unser Denken erweitert und neue Möglichkeiten eröffnet. Fortschritt erfordert Anstrengung und Ausdauer, aber die Belohnungen sind oft lebensverändernd. In einer globalisierten Welt ist Fortschritt eng mit der Zusammenarbeit verschiedener Kulturen verbunden. In einer globalisierten Welt ist Fortschritt eng mit der Zusammenarbeit verschiedener Kulturen verbunden. Der technologische Fortschritt hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren und arbeiten, revolutioniert. Der technologische Fortschritt hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren und arbeiten, revolutioniert. Der technologische Fortschritt hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren und arbeiten, revolutioniert. Fortschritt ist nicht nur materieller Wohlstand, sondern auch geistiges und emotionales Wachstum. Die Menschheit sollte einen nachhaltigen Fortschritt anstreben, um die Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Die Menschheit sollte einen nachhaltigen Fortschritt anstreben, um die Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Menschheit sollte einen nachhaltigen Fortschritt sein.